ARD Text im Auftrag von Funk Freakin' Bullshit, eh? Tränke saufen, Jungs! Ah Kurzi, du willst doch nicht so viel saufen im Moment. Weiß ich nicht. Okay, erstmal von der Wolpe weg, eh. Immer schön hier die Fimbers werden mitnehmen. Oh, hallo! Oh, yeah! Ich würde behaupten, wir müssen oben auf das Dingskreuz drauf. Und das können wir nur ganz außenrum. Halleluja, da sind so ein paar Spikes. Oder eine mitlegen? Was? Loll! Gehe ich mal auf der anderen Seite, ja. Ja, du hast... EIN NIPPEL! Haha, süß! Aber kurz, du hast nicht gesehen, was passiert ist! Nein! Das war voll geil! Das war voll geil! Ah! Okay, Außenrum. Ich erinnere mich sogar gerade wieder an diese Stelle. Echt? Zumindest ein bisschen. Also ich erinnere mich, wie auf diesen Dingern da überall Spikes wenn wir ganz außenrum springen mussten. So, wo ist jetzt hier immer... Oh mein Gott! Jaja, genau. Hahaha! Weil du so... Oh, ne! Ja, ich bin einer anderen gestorben als Lukas. Ist legit ein Schritt zu weit gegangen. Ähm, ne? Christa geht immer so ein bisschen alles kaputt. Spoiler-Alert! Was wollen darf man denn jetzt hier laufen? Bis hier, oder was? Was? Alter! Wie ist das nicht? Ja genau, da ist der nämlich... Da ist der nämlich weiter... Außenrum. Das ist ziemlich... Bullshit. 40, Jungs! 40! Oh mein Gott! Da muss man irgendwie anders langen. Ich glaube, du musst nochmal hinten über das andere Dach auch... Du musst das andere Dach auch mitnehmen. Weil das ist unmöglich. Hm. Können wir schon wieder zwei Leben kaufen? Theoretisch. So, hier hinten kann man auf jeden Fall auf die Wolge. Ja, wie gesagt. Und dann... Oh, wie soll ich denn da... Wie seid ihr denn da bitte hochgekommen? Hoffen wir mal, dass hier keine Spikes sind? Huuuuh! Die geht weg! Die nicht, okay. Okay. Oh mein Gott! Hm? Die Wolge geht ja auch weg, oder was? Nein, ich hab... Bullshit gemacht. Okay. Das ist was geil, ey. Du kommst raus, dann weißt du mir erstmal die Musik von der Wolke. Haha. Ah, ich hab nur noch Ballon-Dings gefunden. Der ist aber ziemlich aufgeregt. Ich komm da nicht rüber, Jungs, ne? Dieser dritte Sprung, der... Ja, der ist... Den musst du sehr close machen, sonst... Oder du dutchst, dann musst du... Ja, das kann machen. Ja, hab ich versucht eben. Aber da bin ich jetzt mal rote Redonat. Aber da hinten ist die Wolke... Ich komm da auch gar nicht mehr hin, weil ich mich zu blöd anstelle. Ja, guckst du brauchst ja keine Sorgen machen, du hast ja deine Fahrzeitsgesprung. What? So, ich... Ich bin bei der nächsten... Ich bin bei der nächsten Wolke. Ja, schluss geht halt auf YouTube-Zeit. Könnte man als Problem, äh, achten. Das ist ein Problem. Jo. So. Ich warte hier auf euch. Aber das ist schon richtig aufs nächste Dach, oder? Ja, ja. Boah, ey! Mach doch den scheiß Dodge Jump! Ja, schon gewesen. Kurz und aggressiv. Das geht auch ohne Dodge Jump. Ja, das stimmt. Ja, dann springe ich irgendwie... Kalkuliere ich viel zu viel Platz ein, oder was? Mann, ey. Ich weiß einfach nicht, wo da genau was ist. Das ist ein richtiges Problem. Das sind grad voll viele Leute, oder? Holy shit. Na klar, Patch. Jaaa. Dicker, dicker, fette angekündigter Patch. Das interessiert an unserer Gilde. Jaaa. Das interessiert an unserer Gilde auch keiner. Ne. Jaaa. Jaaa. Da ist keiner on. Mhm. Fertig unfortunate. Keiner sonst. Nur wir drei in einem Bereich, den es gar nicht mehr gibt gerade. Das ist gut. Verdammt geil, einfach. Fuck, Alter, wir haben halt... Boah. Ich finde es selbst schwierig auszumachen, wo hier die Mitte ist. Was ist denn hier die Mitte? Weil es so lang ist. Ja. Das ist halt echt super lang. Boah, ich verkack den dritten Jump die ganze Zeit gerade. Das gibt's doch nicht. Ja, der ist auch sehr sehr knapp. Der ist... Aber ohne Spaß die Sprünge... Den hier finde ich übrigens auch ultra knapp. Ja, den hab ich so gemacht. Boah. Ähm. Ich finde so die Sprünge in dieser Zone sind alle... Also nicht alle, aber... Ah, der größte Teil ist schon echt knapp. Viele sind echt knapp. Holy shit. Oh Gott, krass. Den musst du auch dort jumpen, ja. Habe ich sogar nicht... Wo ist denn circa die Spikes mit dem Ding? Keine Ahnung. Also vor dem komischen Seil-Ding noch auf jeden Fall. Also du kannst ja hinten vor das Ding. Du musst da nicht auf das Seil spannen. Ja. Und jetzt übers Dach, oder was? Ja, jetzt rechts und dann übers Dach. Ist auf dem Dach irgendwas? Wupp. Das hab ich nicht gefunden. Oh mein Goooood. Ja, oder bist du nicht tot? Ja nicht. Da bin ich. Richtig... Hier muss ich, ne? Genau. Mal über die Wolken. Die geht weg. Die geht auch... Ne, die geht nicht weg. So, hier. Ob in die... Da ist ein Luftballon. Ballonchen. Hopp. Mein Goi, der Jump hat mich aber echt richtig richtig abgefahren gerade. Oh, dann spass die Jump sind echt Krimiil, ey. Das ist... Wo ist Spike-Era? Keine Ahnung. Ich geh nach über die Wolken und dann wieder auf das Ding. Und hoch und über die Wolke und dann hier hin. Oh! Was? 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 Diese... Ist die unter mir ergeblich zerbrochen und ich bin untergefahren. Im Schwung, ja? Kurzi? Kurzi, du bist so ein bisschen schräg. Kurzi tiltet? Kurzi? Kurzi? Ohhhh! Ohhhh! Nee! Ich weichere mich, das zu akzeptieren. Das geht für sein. Das war jetzt halt echt gut. Boah! Nee! Das geht nicht. Das... Das geht auf keine Q-Out hier. Das ist... Nee. Das soll ja auch nicht auf eine Q-Out gehen, sondern in deinen Kopf. Tut es aber auch nicht. So ein 3 Minuten noch. Wollt ich es bald nicht machen. Keine Ahnung. Ich hab noch 66 lebt. Wenn ich halt vorher ausscheide, dann... Könnt ich ohne die Belastung weiter machen. Nee. Wie viel es wären das denn mittlerweile wieder? Irgendwie war es um die 40, oder? 47, ja. Ja, die brauchen wir uns um 40. Diesmal ohne zerbrechen unter mir! Nice. Wo ist Chris denn? Wo ist Chris eigentlich die ganze Zeit? Chris ist dahinten. Ach, wir haben uns immer genau verpasst, ne? Glaub schon, ne? Ah, okay. Ich hab die ganze Zeit mich nicht gesehen. Ich war mehrmals hinter dir. Ich war mehrmals hinter dir. Oh mein Gott. Haha homeowners. Ohäuäuäuäuä! Was ist das? Also ab da hab ich keine Dodge Chumps bei dir benutzt. Das geht. Den hast du ohne Dodge Chump gemacht? Ja. Oh mein Gott. Du den einen auf den anderen Balken, den hab ich gemacht. Da wo der Ballon ist. Auf die Kante, also auf die Ballon, dann auf den Pfeiler wieder, dann über die anderen Wolken, auf den anderen Pfeiler, über die... Was seid ihr überhaupt? Hinten irgendwo? Hinter der Wolkenwand hier. Hinter der Wolkenwand. Ich würd ja winken aber. Über den Wolken. Ich muss doch von dem Ballon über die Wolken die da sind. Genau. Auf die... Hier hin, oder? Genau. Jetzt siehst du mich wahrscheinlich auch schon. Dann siehst du uns. Auf die kleinen Wolken? Aber kann ich auf den Pfeiler? Ja, auf die Balken. Auf den Balken kannst du, aber nicht zu weit. Wer weiß. Hier hin? Lieber ein bisschen vorsichtig. Genau. Also ab dem, wo der Träger unterstützt wird, kannst du auf jeden Fall hin. Genau. Jetzt passt mit der scheiß Wolke auf, die hat mich eben getrollt. Wie geht er mich hin? Ich bin nämlich in der Luft rum. War das ein Dodge Jump jetzt am Ende noch? Nee. 3, 2, 1. Ja, sieht ein bisschen so aus. Pfff. Ist mal ganz ohne Spaß, warum gehen wir nicht unten rum? Können wir unten rum gehen? Wartet einfach, ich mach das hier. Okay. Die Wolken muss herunter. Ich mach nur mal kurz. Was? Oh nein. Ich mach das für dumm. Nicht dahin. Don't follow me. Ei, ei, follow. Ach, nee. Haha. Das ist ein bisschen knapp. Ähm. Was denn? Don't touch the water. Don't touch the water. Don't touch the water. Oh, Mann. Woll! Ich überlege gerade, ob ich da auf den Nippel springen soll. Das geht bestimmt. Ich weiß nicht, ob dir das irgendwas bringt. Ach. Ach. Aber kurz ja, das ist ihm nicht getötet. Was? Ja, ich war tot. Der hat mich getötet. Ich war grad nen Trank am trinken. Hat die Sache erledigt gehabt. Boah. Trank am trinken. So, jetzt müssen wir ab. Alter, jetzt lass mich doch mal. Lass mich doch mal hier nicht. Schlüssel. Ich geh mal nach oben und töte mal alle Assassinen. Theoretisch hier. Oh, da hinten liegt noch ein Schlüssel. Oben ist eine Tour. Und oben sind 15 Triaden, Assassinen. Ich banche halt jemanden Massaker. Du das. Wir werden wahrscheinlich alle... Also die Truhe können wir wahrscheinlich sogar... Äh, rechts rum geht's nicht. Geh. Durch geht's. Geradeaus tue ich. Okay. Gut zu wissen. Hm, Alter, ich habe auch das Fass entschärft. Ich hab hier auch noch nen Fass entschärft oben. Ich hab den Schlüssel oben. Ich bring den Schlüssel von unten mal mit. Oh no. Oh no. Aber nur einen. Aber unten waren zwei Schlüssel. Ja, dann haben wir ja alle drei. Wunderbar. Dann können wir jetzt mal alle drei kurz die Schlüssel nehmen und aufpassen. Wenn die Truhe nicht episch ist, ne? Episch. Am besten irgendwie 300 Leben oder so. Das klingt ein bisschen sehr episch. Für meinen Geschmack. Die Truhe ist zumindest schon mal nicht gespiked. Oh, das ist gut. Ja, ich bin auf dem Weg. Der nächste Schock ist nämlich auch gar nicht mehr so weit. Ja, hier geschafft das. Ich bin da. Ja, richtig. Weil der ist nämlich da hinten. Da, wo die Assassine ist. Aber wir kommen auch schon in die Richtung vom Abkürzen. Sind nämlich bald beim Abkürzen da. Siehst du ja auch schon rechts da an der Ecke. Von hier aus mag... Oh mein Gott. Ja, wir sind leider am Abkürzungsdingen sind wir schon vorbeigelaufen, oder? Ja, stimmt. Ja, aber du brauchst aber... Ich wette mit dir... Habt ihr das immer gecheckt? Nee. Das wird bestimmt nicht funktionieren. Aber wir sind auch mittlerweile zu weit weg. Aber... Ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktionieren wird. Eine halbe Stunde noch. Das ist doch auch mal ein bisschen Reiz, ne? Bis beim Sterben zu gucken, dann ist immer ein guter Reiz. Na, das meine ich jetzt eigentlich. Wir mögen Pyron... Pyronias. So. Schlüssel, wo muss ich jetzt... Einfach nicht rechts rumlaufen. Einfach straight durch. Wolltest du den Schlüssel holen? Ja, dann... ja. Aber ich sehe halt nur deinen Namen, der gerade schwer Richtung rechts wollte. Und nicht ins Wasser über uns. Eventuell auch. Danke für diese rechtzeitige Ansage. Das hatten wir vorhin doch schon. Dass du dir ins Wasser sollst. Ganz gerne in der Aufnahme nachgucken. Keiner gesehen. Na, was war das denn? Ich habe noch 20 Leben. Was gemacht? Nice. Nice! Ich habe den Schlüssel aber oben liegen müssen. Ja, ich sehe es. Ähm... Aber warum? Ich weiß nicht. Das war irgendwie nächstes Mal. Ich weiß nicht. Was hast du denn hier mit Anna? Der Schlüssel ist rettbar. Das Ding habe ich ihn ja da abgelegt. Was ist da? Abgelegt. So, so. Das habe ich doch gesagt. Ja. Ja, wobei. Ja, wobei. Gar nicht mal so gut, ne? Nee. Achso! Ah, jetzt ist er raus. Gar nicht mal so gut. Schießt die Münze nur? Ja. Ja, zwei Leben. Hallo? Better than nothing. Du kannst eigentlich, hier kannst du auch warten. Eigentlich. Ja. Ach nee. Ja. Ja, sicher nicht. Mach das doch mal. Irgendwelche Piranjas. Das wäre auch blöd. Nee, an Wasser. Oder an Wasser. Genau. Hallo Trampolin. Dürfst du bitte? Danke. Was ja alle hier ihre Daily schon am machen und den neuen Stuff am machen. Wir machen noch. Super. Ja, wir sind halt oldschool. Easy. Oh, wo glaube ich denn? Hallo Puss. Wir sind Fisch. Na? Ich habe keinen Hunger. Sorry, danke. Das ist die beste Qualität. Frisch gefangen. Ja, das stimmt wenigstens. Das ist sogar wirklich wahr. Ja, frischer geht's dann. Alter. Ficken. Willst du überhaupten, dass meine Fische nicht frisch sind? GG. Ich habe eine Asterix in den Augenblick geguckt. Ja, ja, ja. Oder vielleicht auch nicht. Ding, ding. Oh, der ist jetzt gerade... Ja, toll. Ah, nee, nee, mach von oben. Spikes. Wo, wo waren die Spikes? An der Kante. Habe ich nicht? Loll. Okay, man muss also wirklich... Man muss also wirklich... Oh mein Gott. Wir von hier, Alter. Das ist ja Cancer. Oh nein! Oh nein! What the fuck? Das geht's doch nicht. Was ist denn los eigentlich? Ja, schon wieder krepiert. Unnötigerweise. Wir sind legit gerade einfach... Ooooooh. In den Spikes gelaufen. Weißt du? Bei mir ist der Charakter noch gesprungen. Und beim Springen gestorben. Der Keranja? Der Keranja! Keranja! Estefania! Was?! Oh nöööö. Spaghetti und Buloknese sind fertig! Alter... Hauptsache du hast Spaß da. Ja klar. Oh! Ich glaub das grad nicht. Wie zum Fick komm ich denn jetzt hier wieder weg eigentlich? Oh Gott, nope. Gar nicht mehr. So komm ich da weg. Aber oder? Ich finde, Kirania wär so'n typischer... Wollnys-Name. Oh nein, nein! Ein was-Name? Name für die Wollnys. Wer sind denn Wollnys? Find ich die Wollnys? Ja. Was sind denn Wollnys? Ach, Lucky Boy. Ja, weißt du's ja selber nicht. Dass du kulturell vollkommen umgebildet bist. Das ist eine... Oh lol, da sind auch Spikes. Jesus Christ. Großfamilie auf RTL 2. Oh, glaub ich nur, dass ich da nichts verpasst habe beim Leben. Dass ich die duze nicht mehr. Doch. Das ist, glaub ich, ich hab von einer halben Minute Ziele in den Abgrund geforfen. Was machst du denn auch? Du musst den ganzen Oktopus alleine machen. Ich merke das schon. Das ist nicht so gut kurz, ne? Ne, grad ich. So überhaupt nicht. Man muss übrigens immer nach ganz oben. Das ist alles, was Spikes. Ja, sag ich ja. So stupid. Sag mal. Es ist total oft so, ich... Na Greg, der springt noch, aber... Was war das denn? Jungs, was ist denn da eigentlich los? Jungs, was ist denn da eigentlich los? Ja, wenn ich das so genau wüsste. Kurz. Ich mach's Deutsch-Jump-Arschlecken. C. Acht auf deine Ausdrucksweise. Oh my god. Also wir müssen uns halt wieder ganz nach oben. Das ist halt... Das ist halt einfach nur stumpfe Laufarbeit. Holy shit. Ja gut. Spaß, Spaß, Spaß. Es ist so... So zeitaufwendige Dinger können uns auch gerade echt gut gebrauchen. Ja klar. 25 Minuten haben wir noch. Wo sind denn die Spikes? Lass mich doch mal zumindest gucken, wie ihr sterbt. Sind die irgendwie bei dem Dude hier? Bei dem Dude. Die sind alle... Sind alle außen. Das hört doch mal auf, ey. Fuck Piranhas, ey. 5000 Fische später. Oh ja, ohne Spaß. Und wieder nach ganz oben. Spaßiges Spielvollzip. Und wie? Meint ihr, ich kann mich schon mal auf die goldene Schallplatte stellen? Ne, ne? So, jetzt haben wir unten. Die wird wahrscheinlich... Okay. Und da gedibbel, wenn... Da sind auch Spikes drauf bestimmt. Ja, ganz bestimmt. Weil das voll Sinn machen würde, dass wir uns nicht... Ich nehme den Rechter draufstehen. Ich nehme den Linken. Wie immer die, bitte. Wie immer. Wie immer. Wie immer. Wart los. Bikes! Spikes! Oh, nicht. Oh, wo sind sie? Where damn Spikes at? Ah, hier ist noch... theoretisch. Boah, leckt! Geil. Der Leck hat mich hier so kapiert. Alter, wie lange ich brauche, um so eine Bombe zu setzen. Huren, so ein Assassin. Verzieh dich doch. Nice 99. Ist da nicht ein Shop? Doch. Doch. Guck mal, ob hier... Ja, mach den mal. Mach den mal. Ich teste schon mal, ob es hier irgendwo scheiß Spikes gibt. Das zu müssen. Okay. Haben sie. Oder hoch. Bis zum nächsten sind keine Spikes. Ah, genau. Jetzt kommt die Reporter-Scheiße. Oder nee, gar nicht. Erst mal kommt das krasse Gebäude. What the fuck?! Aha. Dankeschön. Das hat ein bisschen gebraucht jetzt. LOL, der Leck! Holy shit! Ich will gar nicht wüssten, wie das gleiche aussehen wird, im Gebäude, wo die Scheibe da runterrollt. Also dieser Gong. Oh Gott, ja. Das kommt ja jetzt als nächstes. Alter, ich hab ja voll die Lecks. Ich hatte gerade eben aber auch ein paar Spikes. Also Leckspikes. Achso. Ja, die Spikes hatten wir glaube ich genug heute. Ja, sie ist nicht auf dem Weg. Ich geh rechts. Ich geh mit dir. Da spring ich jetzt direkt drauf, ja? Ja. Das war gut.